Das ist einfach verlogen, von der privaten Lebensführung bis zur Inszenierung des Kanzleramts ist alles eine Kunstfigur und die Menschen werden das sukzessive auch erkennen und immer mehr erkennen es schon. Und natürlich werden die Menschen auch realisieren, dass sie anklogen worden sind und da wird sich sehr viel Aggression gegen ihn entladen und das wünsche ich ihm persönlich gar nicht, sondern deswegen sage ich, übersehe den Punkt nicht, wo du noch mit halbwegs erhobenem Haupt aus der Arena gehen kannst.